Und damit, Seid grüßt man den Zweigen Rhino-Morbids und Ignodon zu einem neuen Letzt-Test. Insurmountable Insurmountable Okay, ähm, ja, zu diesem Spiel. Ähm, ja, wir spielen Insurmountable oder so ähnlich. Options German. Ja, wollen wir das natürlich auf Deutsch spielen. Ähm, ja, Sound anpassen ist nicht, oder, ja gut, ähm, dann ist halt nicht so. Ähm, ja, die Demo-Version. Ab heute, den 20. August erhält mich die Demo-Version. Das Hauptspiel, das wird noch in welchen dauern wahrscheinlich. Aber ich spiele jetzt hier schon mal die Demo-Version an und teste das jetzt hier im Letzt-Test auf meinem Kanal an. Ja, ein weiteres Spiel von By-Talkers Games. Was heißt ein weiteres Spiel? Ähm, ein Spiel von By-Talkers Games. Müsste das erste auf meinem Kanal sein? Nein, das zweite, die, die, äh, sag schon, die, äh, die Demo-Version von Gravity Lane 981 haben wir schon gespielt. Und jetzt spielen wir Insurmountable oder, ich kenne hier in Englisch irgendwas, wie es auch mal ausgesprochen wird. Ja, starten wir direkt mal ein neues Spiel und ich lasse mich mal überraschen, was wir hier so erleben in dieser winterlichen Landschaft. Ich vermute mal, wir sind diese Person hier und werden diesen Wanderer hier spielen, diesen Pilgrim. Schauen wir mal rein ins Spiel. Lade. Oh, da war schon den Start. Ein Feuer prastet im Kamin und wirft unförmige Schatten auf die Wand, auf die Wände. Als du die Hütte betrittst, die Schamanen erwartet dich bereits und mustert dich mit flackernden Augen. Die alten Mächte zürnen uns, spricht sie. Du musst sie besuchen in ihrem irdischen Refugium, hoch über die Wolken und hören, was sie von uns wollen. Du musst sie besänftigen, bevor... Bevor... Bevor was? Verstehst du nicht? Waren die alten Mächte deinem Volk nicht mehr wohlgewonnen, wohlgesonnen und schickt dich die Schamanen vielleicht wirklich in das verbotene Gebirge? Noch nie warst du auf dem Berg der tausend Gesichter, so wie es die Gesetze in deinem Dorf vorschrieben. Ja, viel Auswahl habe ich ja hier nicht, gerade in der Demo-Version, also werde ich mal einfach nachdenklich. Rührt der Zorn der alten Mächte daher, dass sich immer weniger Menschen an die Gesetze halten? Du musst sofort aufbrechen, spricht die Kreisern weiter, und den Gipfel erklimmen. Es ist eine Ehre, den alten Mächten zu dienen, doch es wird eine gefährliche Reise, eine Reise ins Ungewisse, die Großopfer abverlangen wird. Bist du bereit? Bereit geboren. Ich bin bereit. Du spürst ein Kribbeln. Schon immer hast du das Gefühl gehabt, für etwas Größeres bestimmt zu sein. Ich wusste, dass du uns nicht im Stich lassen wirst. Der Schamanen lächelt dich an. Und ich helfe dir, soweit es mir möglich ist. Suche dir etwas aus, was du auf deiner Reise gebrauchen kannst. Item Status. Achso, okay, jetzt haben wir hier. Ich will den Brand hier. Ich will die Fackel. Ich will das Zelt. Nur eins von allen, den Alk. Was, womit ich mir nicht machen kann. Das Zelt, wo ich sehr gut und übernachten kann. Ich würde ja fast das Zelt nehmen. Dann die Fackel, die könnte. Der Brandy, naja gut. Ich schwank zwischen Zelt und Fackel. Der Brandy. Ja gut, da habe ich sowieso nicht viel Verwendung für die als Anti-Alkoholiker. Dann nehmen wir aber das Zelt, oder? Das ist das Praktischste von allen. Würde ich nicht sagen. Ich will das Zelt. Die Schamanen schaut dich fragend an. Sie zeigt dir ein paar nützliche Ausrüstungsgegenstände. Du sollst auch davon etwas mit auf deine Reise nehmen. Okay, jetzt haben wir hier einen Wanderstock. Die Kletterhandschuhe. Ich nehme die Kletterhandschuhe. Es gibt Stiefel. Ich nehme die Kletterhandschuhe. Ich nehme die Kletterhandschuhe. Wanderstock. Ich nehme die Stiefel. Das ist das Praktische. Wir sind hier jetzt ganz praktisch orientiert. Wir nehmen einfach die Kletterhandschuhe. Die Stiefel. Ganz pragmatisch. Du verlässt die Hütte. Kalte Luft strömt in deine Lungen. Vor dir erstreckt sich das verbotene Gebirge. Majestätisch, magisch, tödlich. Und wunderschön. Ja, du bist bereit. Du hast den Ruf vernommen. Let's go. Okay, haben wir die Steuerung des Spiels. Fahrt setzen tun wir mit der linken Maustaste. Loslaufen tun wir auch mit der linken Maustaste. Fahrtabschnitt entfernen. Tun wir mit der rechten Maustaste. Und stehen bleiben tun wir mit der rechten Maustaste. Das Inventar benutzen wir ebenfalls mit der linken Maustaste. Und ein Item löschen tun wir mit der rechten Maustaste. Okay. Schauen wir mal, wie sich das in der Praxis aussieht. Die Kamera verschieben wir mit WASD. Okay, nicht Störungen mit WASD. Laufen tun wir nicht mit WASD. Sondern steuern, so in die Kamera verschieben. So, kann man auch rotieren. Scrollen und zoomen. Okay, ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Ich hoffe, meine Stimme ist halbwegs zu hören, weil, ja, die Musik, die Musik ist ziemlich laut. Ich hoffe, das haut irgendwie hin. Ich konnte auch die Musik nicht einstellen. Lautstärke Regner für die Musik, für die In-Game Musik gab es leider nicht. Ich hoffe, das Mikro ist laut genug. Das Neue, das Neue. So, okay, hier sind wir. Bewegen tun wir uns mit dem Link. Ja, so. Können wir laufen. Okay, laufen wir erstmal hier. Ah, okay, ich markiere sozusagen ein Feld. Das ist der Wanderer, der kann ich Bewegung machen. Okay. Sehr gut. Inventar können wir öffnen. Achso, ist schon offen. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, bewegen wir uns mal nach hier drüben. Ich gehe mal. Hier hinlaufen. Oder dort. Von mir ist auch dorthin. Okay. Okay, da begibt sich der Wanderer auf den Weg. Er macht sich auf den Weg. Erfahrungspunkte noch keine. Geistige Gesundheit nimmt ab. Körpertemperatur, Energie und Sauerstoff. Okay. Gut, ähm, dann lassen wir ihn da mal klettern. Kann er schon klettern, oder? Er kann klettern. Hervorragend. So, dann sind wir hier. Sehr hübsch. So, gehen wir mal hier als nächstes rüber. So. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ja, erstmal hier ins Tal hinein, oder? Erstmal geradeaus hier so das Tal erkunden. Oh, ist das hier ein Stück vom Felsen? Das bin ich ja ungünstig im Felsen drin. Entschuldigung. jetzt laufen kann man durch den baum durch sich immer hoch sehr schön ich darf am baum vorbei so jemand lang die musik ist wirklich ein bisschen laut ich kann es auf meinen kopfhörern gerade ein bisschen leiser schalten wasser wahrscheinlich für die aufnahme nicht leiser macht keine optionen ein kleines menü für die für die audio wäre schon schön gewesen ist ein spiel und ein bisschen runter drehen kann hatte ist hier ein bisschen intensiv wo bin ich was macht der wanderer hier das macht er klettert da hoch ok haben wir irgendein ziel oder irgendwie einen plan wo wir hin wollen oder quests oder so was ist jetzt hier sache müssen wir hier irgendwo hin okay jetzt wird scheinbar nacht hier ist eine schatztruhe vielleicht können wir da irgendwie rüber ist die schatztruhe abholen vor dem camp gegen ein paar leere sauerstoffflaschen du könntest die zeit nehmen um die zelle zu durchsuchen jetzt habe ich über die auswahl ich glaube ich suche die zelte entzelt standort habe ich falsch gelesen durchsuchen die zelte gründlich setzte meine reise fort ich schaue mich kurz um ok mich also gründlich durchsuchen kostet ziehen energie 46 also 46 körper wärme ok dazu angezeigt am besten wäre es weiter vorzusetzen aber ich glaube ich schaue mich kurz um findest zwei sauerstoffflaschen ok sehr schön kann man da hoch was passiert hier hinauf mit ihr stimmt achts wird kann man es in mir kann man die drehen an weil die störung noch mal wird gerne mal hinter ihnen oder so dass wir noch mal ganz man nicht ständig von einer so nicht auch mal hier recht also ich kann bisher nur also so aus der beobachter perspektive so ein bisschen schauen so so ego perspektive geht nicht oder okay so hinter ihnen zu stehen so ein bisschen kam zu schwenken nee ist nicht möglich und da bin ich irgendwas nicht okay dann hier erstmal hoch es ist nacht vielleicht oben irgendwo mal unser zelt aufschlagen mal schauen ok haben wir schon einige sonnen nein nicht runter nein 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 nicht wieder runter gehen nicht wieder runter klässern 3 uhr ist es ist doch eine perfekte zeit zum schlafen das tag beginnt und 3 uhr morgens das halte ich aber das halte ich aber für ausgeschlossen ok jetzt ist das rot gewonnen hier ein schneesturm tobt ok kann man sich irgendwo unterstuf suchen jemand zelt aufbauen das ist schlecht wo ist mein zelt jetzt geblieben wo ist denn das abgelegt habe ich da unten irgendwo mein zelt verwohlen oder was ist jetzt die schlafen ok vielleicht kann man sauerstoffflasche irgendwie ich weiß nicht was dir hilft aber körpertemperatur ist natürlich sehr wenig ok sauerstoff haben wir noch genügend ist euch also verschwendet ja die körpertemperatur nimmt stetig ab die geistige gesundheit auch irgendwie energie haben wir noch genügend und sauerstoff auch noch eigentlich so was bringt das sonnensymbol hier notlichter was ein anblick und der werb so wir wollen hier trotzdem weiter auch wenn ihr seesturm was schneesturm ist werden wir uns hier wieder vorankämpfen ist ja laut hier der schneesturm ok kann man nicht lang zum schatz was ist wenn ich jetzt hier schon auf der spitze sag mal hier möchte ich ein ganz weit entferntes ziel da sucht er jetzt den besten weg und läuft einfach hinauf ich kann mal heranzoomen und auch sehen was der wanderer macht jetzt zur schatztruhe zu gehen ist nicht mehr möglich den kurs noch mal zu ändern der wettersturm erhöhte energiekosten auf allen feldern plus 70 prozent pro stunde die körpertemperatur sinkt schon beim bewegen minus 1,5 ja ok ist klar wenn wir durch den schneesturm laufen dann nimmt die körpertemperatur schon ab das ist das ist klar wenn wir so hoch hinaussteigen wollen kriegen wir eine die kosten auf stein vielleicht sollten wir die mal anziehen das wäre nicht schlecht nordlichter was für einen anblick level up können wir die anziehen oder ich würde die gerne anziehen die reinge in den energiekosten sind vor allem jetzt gerade sehr gut wenn ich keine mehr habe ok was machen wir keine energie mehr haben denn bisherige erfahrung auf dem berg hat dich gestärkt wählen deine eigenschaft abgehärtet 1 eis spezialist 1 akklimatisiert 1 ok energie ja abgehärtet brüchner oder ja ja wir können aber immer noch nicht weiter und dann können wir doch weiter wir können weiter also zeigen natürlich gleich die nächsten können wir nochmal vorher stopp machen und bleibe ab bisherige erfahrung auf dem berg hat sich stärkt wie deine eigenschaft ähm unaufhaltsam sauerstoffmaximum ich brauche energie 20 prozent geringer sauerstoffverlust ja in der todestrom sind wir noch nicht das vielleicht nachtkörpertemperatur sind sehr viel schneller ja unsere zelt haben wir irgendwo verlegt das hätte ich wahrscheinlich ins Inventar bei den items rein tun müssen so äh ja ich werde ja wahrscheinlich endlich sterben komm hier mal zum schatz rüber auch wenn du keine energie mehr hast versuch's mal ich hoffe du gehst nicht gleich drauf wir hätten das zelt nicht verschwenden dürfen das haben wir irgendwo gelassen ich weiß nicht wie und wo dein geschwächter Zustand lässt dich unaufhaltsam ummerksam werden du achtest einem moment nicht auf deine schritte und du rutscht in abhang herab mit letzter kraft schaffst du es dich wieder hochzuziehen bist verletzt aber von der adrenalin ok komm mal zurück hier zum schatz vielleicht bringt das was vielleicht haben wir hier heilung drin das wäre nicht ganz schlecht ok da können wir wohl nicht hin die kälte ist unerträglich du weißt nicht wie lange du noch überleben kannst ja was soll ich tun mehr sauerstoff habe ich aber das hilft mir grad an dieser Stelle recht wenig wir werden hier wohl sterben müssen ok was passiert begegnet die begegnet eine gewöhnliche Bergziege sie knabbert an ein paar Pilzen ich verjage sie ich füge sie mit Kräutern die wir nicht haben ich nähere mich freundlich ich gehe an ihr vorbei ich nähere mich freundlich Ziege schaut es dich verständnlos an läufst lieber weiter ok Level Up und was brauchen wir jetzt hier Sauerstoff in der Todeszone brauchen wir grad noch nicht Körpertemperatur was könnte man gebrauchen Energie Regeneration das brauchen wir hier Scheiß mal auf die Körpertemperatur alles ziemlich rot hier ok da oben scheint ein Zelt zu sein ich kann mal hier mal du quälst dich mit jedem Schritt wie gerne würdest du schlafen nur für ein paar Minuten meine Augen fallen zu ok aber da drüben ist doch Zeltplatz vielleicht kommen wir dort wir haben zwar kein Zelt mehr mit aber vielleicht ja rüber zum Zeltplatz da klettert er mit zu den Augen ok es muss noch dasselbe Gebirge oder was um an das Ziel zu kommen oder die Kälte ist unerträglich du weißt nicht wie lange du das noch überleben kannst erschöpft brichst du im Schnee zusammen du hast alles gegeben um den alten Mächtern zu dienen aber es hat nichts gereicht eine Reise ist zu Ende jetzt beginnt eine neue Game Over wie es ausschaut Herzlichen Glückwunsch du hast den Gipfel erreicht äh naja nicht ganz ähm die weltweit erste Ruhek-League-Abenteuer auf einem Berg werde ein legendärer Bergsteiger überleben viele Herausforderungen wie gefährliche Wetter münderisch Terror deinen eigenen schwindelnden Geisteskraft erscheint im Frühling 2021 das ist doch eine gute Nachricht im Frühling 2021 können wir hier INTO MOUNTABLE spielen und die Vollversion austesten ja jetzt in der Demo Version hat es ja jetzt nicht so gut geklappt ich glaube ich war schon ziemlich weit oben ich bin schon sehr weit hoch geklettert aber das Problem ist ich habe halt irgendwie mein Zelt am Anfang irgendwo in die Schlucht geworfen oder ich weiß nicht ja gut ähm ja das war die Demo Version von INTO MOUNTABLE oder wie man es auch spricht ja Dämmchen nach oben soll sich gefallen haben lassen aber da auf eine neue Seite und das nächste Netztest oder das nächste letzte Play das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt und habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und ja haut da rein sterbt nicht beim Bergsteigen ja und ja man sieht sich am nächsten Video auf meinem Knall und bald wieder bis dahin tschau tschau dann werde ich mal wieder das Spiel verlassen und tschö mit Ö mit